Erneut mit der Z11 geht es weiter, hier bei Fußballmanager2012. Wir sind voller Tatendrang, immer noch, wir wollen ja alles reizen mit der Z11. Patrick ist voll bereit. Es ist unglaublich, wir rotieren hier. Hammer. Absolut, ey. Wir haben im letzten Paar dann 1 zu 1 gegen Paderborn geschafft. Wir haben 6 Gegentreffer, weniger bekommen als geplant. Wir haben 1 mehr gemacht als geplant. Und heute nehmen wir uns sogar vor, keins zu machen, wenn das mal nichts ist. Und mit diesem Keinen-Tor wollen wir damit auch Kaiserslautern besiegen und beweisen, dass auch die Z11 3 Punkte im Pankerlast bzw. in der Spielwiese Arena oder Stadion? Spielwiese Stadion hast du gesagt. Im Spielwiese Stadion behalten können. Toll. Ja, das rotiert hier. Wir sind richtig... Mein Gott, ey. Ich könnte hier gerade ausrasten. So motiviert bin ich. Ja. Patrick Strobel hat im letzten Part noch die Option zur Vertragsverlängerung gezogen. Den werden wir zum Glück nicht los. Den werden wir zum Glück nicht los. Das hört sich irgendwie so, dass es... Ja, es hört sich falsch an. Nee, das lasse ich so nicht, gell? Okay. Ja, Pech gehabt für mich. Genau, das vorläufige Lizenzverfahren hat auch stattgefunden. Und wir würden momentan die Lizenz nur unter der Auflage bekommen, dass wir im nächsten Jahr bzw. in der nächsten Saison nur so viel für Spiele ausgeben, wie wir auf den Transfermarkt einnehmen. Also gar nichts. Wir werden hier fragen, dass 1 zu 0 macht. Also wir haben uns schon mal... Das, Mann! ...über... ...getroffen. Jürgen Klopp jubelt mit uns. So, warte. Ich bin sofort voll da aufgestreut. Ich muss mir wieder vernehmlich hinfetzen. Ja. So. Sitzt auch bequem? Ja, danke. Da ist der Ausgleich durch Schächter. Exakt. Puh, da muss ich mich jetzt kurz hinsetzen, du. Was ist denn Stuhl her? Naja, also in die Hocke gehen, weißt du. Achso, achso. Ja, die Auflage eben, dass wir nicht mehr Geld für Spieler ausgeben dürfen, als wir einnehmen. Da ist Bayern das 2-1 durch Schächter, aber noch mal Glück gehabt. Jo, deshalb müssen wir irgendwie noch den Kontostand möglichst auf den Plus bekommen. Bruce hat schon gespendet alles, was er hatte, bis auf 1 Euro. Ne, bis auf 8000 oder was, ne? Ne, ne, die habe ich weiter gespendet. Dann ist 1 Euro übrig geblieben. Achso. Achso, verpasst du, der guckt gar nicht zu. Hättest du dir auch mal weiter gespendet? Ähm, jo. Die guckt gar nicht zu. Aber wir bekommen ja noch die TV-Einnahmen plus den Platzierungsbonus. Und damit hoffe ich zumindest, dass ich die Mannschaft noch irgendwie, beziehungsweise der Verein ins Plus begeben kann. Ja, wir bekommen ja noch die Platzierungsbonus. Und die TV-Obelnage. Von Kevin, bin ein Primat. Und hier schießt irgendjemand am Tor vorbei, aber es war einer der Opfer. Von daher... Hä, das war klar. Mann, bist du ne Wurst. Ähm... Selber Wurst? Nein. Also, ehrlich. Also, mal ganz ehrlich. Also, mal ganz ehrlich. Ich hau jetzt mal auf den Tisch. Es reicht. Dein Tisch klingt irgendwie so, als würde man sich selbst schlagen. Warte, ich kann doch mal. Besser? Ja, jetzt ist besser, ja. Ähm, also das geht so nicht mehr weiter, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm... Wenn sich jetzt nicht einiges ändert, dann ist es vorbei mit dem Stream. Ja, da ändert sich nämlich was? Samide schießt auf Trinks. Auf was schießt der? Auf Trinks. Na, kennst du Trinks nicht? Sag mal, schäm dich! Thomsen. Ähm... Thomsen, da prüft er das Aluminium! Schweres Wort. Das musst du erst mal einziehen. Was wolltest du sagen? Also, das geht so nicht mal weiter. Also, ich verlange erst mal eine Gehaltserhöhung. Ähm... Einen bequemeren Stuhl. Also, den hier, den du vor eine Müllkippe mir gebracht hast. Was ist das denn? Ja, wenigstens habe ich ihn dir gegeben, statt mir, ja? Schächter mit dem 2 zu 1. Kaiserslautern dreht die Partie hier. Die roten Teufel zeigen ihre Teufelshörner, holen den Dreizack raus, der schon am Verbrennen ist. Und stechen uns damit mitten ins Herz. Ja, 2 zu 1, ne? Ja, also es ist sowas von tragisch. Mann, also unser Aufstieg wird uns genommen, das sehe ich schon. Mein Gott, stell dir doch nicht so an. Er schreit mich wieder an. Und das nachdem... Ich hab geschrien, ey. Ich bin so aufgesprungen. Hab so angeschrien. Da bringe ich ihn in den Stuhl vom Sperrmüll. Und da schreit er mich so an. Ich glaube, ich muss diese Beziehung beenden. Tschüss! Tschüss! Was? Will ich spielen? Was? Was? Ja, wenigstens nur so ein letztes Ding, damit er überhaupt abhaut. Will ich auf der Abschiedstour? Das ist dein letztes Spiel, du Wichser. Dann jage ich dich ja aus der Pforte. Oh, ist der Pforte, ja? Also, wir haben jetzt ein Schloss. Das ist das Penkerlast-Schloss. Und dann so, ja, los, Dorfbewohner. Alle hier Mistgabel und Fackeln und so. Und dann, hör, raus mit dir! Ja, hör! Genau, die reiten auf Pferden. Und jagen ihn damit raus aus dem Hof. Hör! Wunsch, ey, das ist doch mal. Jetzt disst er sich schon selbst. Und da ist das nicht das 3-2-1-Schechter. Tut uns einen Gefallen und schießt er im Tor vorbei. Da hat er gesehen, wie der Gaul hinter ihm her ist. Und da hatte er so Angst bekommen, dass er daneben geschossen wird. So hässlich ist Patrick Strubbel auch nicht, dass du ihn als Gaul bezeichnen musst. Doch, das ist ein Gaul, verdammt nochmal! So, ein über 4. Willi Tremme! Ah, abseits! Die dürfen nicht so viel lachen im Let's Play. Nö, überhaupt nicht. Okay, Ninio! Der Let's Play-Inspektor sitzt da in der Ecke und beobachtet mich schon die ganze Zeit. Ja, genau. Und er schüttelt so verständnislos mit dem Kopf so. Sternchen, aufschreib Sternchen! Foul hier von Steffen Zellner gibt die gelbe Karte nach Foul an Samide. Oh, warte, er kommt gerade zu mir. Ja, warte. Ja, er meint, das Lachen unproduktiv sei. Auch diese Witze, die wir reißen, sind überhaupt nicht okay. Wir sollten uns lieber auf eine monotone Stimme einigen und dann einfach dieses Let's Play ganz normal kommentieren. Alles klar. Oder war Strobl, das edle Ross, Patrick Strobl mit nach vorne gegangen? Hier einen wilden Ritt, wie Kevin sagen würde, durchs Stadion gewagt. Entschuldigung, hast du nicht gehört, was der Inspektor gesagt hat? Ich kann das halt nicht. Das soll mich mal am AA lecken. Haben Sie das gehört? Ja. Ja, ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Das ist kein Problem. Unter der Brücke, obdachlosen Niner. Patrick Strobl mit einem blitzsauberen Tackling hier, ja. Kann er hier trotz des Galopps noch den Ball vom Gegenspieler wegzirkeln? Werden hier Schimonek ins Spiel kommt. Mensch, trotz seines Galopps. Für Martin Amadek. Was hast du gerade für eine Assoziation mit Amadek? Verstehe ich gar nicht. Naja, dass er etwas besser gebaut ist. Aha, cool. Nicht, was du wieder dankst hier. Ja, guck mal. Ich verliere wenigstens nicht mit dieser Z11. Nö, ich auch nicht. Ich habe sogar gewonnen. Ja, mit dieser Z11 hast du schon mal gewonnen. Ja, habe ich doch auch. Ich habe da wirklich mit der gewonnen. Mit der Z11. Aber ich glaube, da war Fra nicht vorne. Meinka spitzenmäßiges Zuspiel zum Gegner. Wenn es hier die nächste gelbe Karte gibt. Diesmal für... Jiribuilak. Ja, ich habe nichts gemacht. Mann. Dass das nichts waren. So, Tremble setzt sich wieder durch. Was geht los da rein? Aber Trinks ist auf seiner Position. Und hat den Ball. Schimanski auf Schachmann. Und hat den Ball. Er soll doch monoton sein, verdammt nochmal. Thompson. Thompson. Ja, ist doch richtig. Erster Ballkontakt im Spiel. 90. Spielminute. Manuel Thompson holt die Ecke raus für Panky Dortmund. Auch er dreht nochmal auf. Er weiß, das ist seine letzte Chance. Mein Kribe ist hier erst 3 zu 2. Mark Kretschmann. 90. Spielminute. Die Mannschaft dreht das Spiel in den letzten 10 Minuten. Bruce, das ist mal eine neue Ahnung. Nach dieser Ecke sogar mal. Aber überleg mal. Wir haben 1-0 geführt. Dann haben sie 2-1 gedreht. Und jetzt drehen wir es nochmal mit unserer Z-Elf. Das sind jetzt die Z-Elf oder so. Ja, von bei. Diese Quatsch mit Ö-Elf kann ich nicht mehr hören. Die Mannschaft überzeugt Kaiserslautern. Schämt sich in Grund und Boden. Die müssen sich erstmal eine neue Identität schaffen. Sie haben gegen die Ö-Elf vom Panky Dortmund verloren. Schön. Schön. Die haben gegen den Ö-Elf vom Panky Dortmund verloren. Ergebnis. Ja, 74 Punkte. So. Stimmen. Ja, ich, äh, soll ich das wieder machen, oder? Du darfst wieder, weil es ist immer noch ein verkehrter Part. Ähm, ja, warte. Ich sehe gerade noch, wie Tremmel mit irgendeinem anderen abschlägt. Warte. Ja, in 10 Minuten ist auch Kevin bei den Stimmen angekommen. Dann können wir sie vorlesen. So. Das war letztendlich ein Verdöner-Segar. Die drei Punkte waren elementar. Wir haben wieder einmal bewiesen, dass wir zu Hause jede Mannschaft schlagen können. Dankeschön, Brostanel. Gerne. Tschüss. Komischerweise kein Spieler von uns in der Elf des Tages, aber heute gibt es tatsächlich wieder eine. Mensch. Äh, scheint neu zu sein jetzt. Märchenitz wird sich wohl die Torjägerkanone holen ein weiteres Mal in seiner unglaublich bravourösen Laufbahn als Fußballer. Darf ich deine klatschen? Ja. Okay, hörst du zu? Ja. Gehört? Au, af. Au, au, aua. Habt ihr das gehört? Verdammt nochmal. Mittwoch erwartet uns Mainz und du darfst dann wieder gegen Dynamo Dresden übernehmen. Aber diesmal machen wir deren Stadion kaputt. Okay. So, jetzt quatsch ich auch mal wieder mit den Leuten, weil die sind völlig verwirrt, wieso seit zwei Wochen Bruce Donnell nicht bei denen zu Besuch war. Vor allem die Moral ist mega schlecht, ey. Nur weil sie zweimal nicht gespielt haben. Ja, ist so. Du, du, du hast alles kaputt gemacht. Ja, du hast sie noch spielen lassen. Jetzt kann ich das alles auf dich schieben. Natürlich. Kevin, man wendet sich nicht gegen Familie. Du musst körperlich stärker werden, Thompson, denn ich plane mit dir. In der ersten Fußball-Bundesrichtung. Johnny, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. What the fuck. Schön schnippst du mit deinen Brüderstümern. Ey, du hast meine Finger doch noch gar nicht gesehen. Du weißt gar nicht, ob das Brustfinger sind, ey. Was soll denn das? Also mal ganz ehrlich. Ja. Da ist mir jetzt aber gegeben. Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich gerade auch richtig, ähm... Stark, ne? Ja, das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Hm, ich meine, stark. Dieses Wort hat nicht jeder im Repertoire. Eben, deswegen... Schön, dass du da mal mitspielst. Schön, dass du mir geholfen hast. Gerne. Trainingslager... Das Trainingslager, natürlich, ist eingestellt. Okay. Geht's nochmal kurz, zwei Tage bevor es nach Mainz geht, ins Trainingslager. Nach Mainz. Nach Mainz, okay. Trainingslager, alles klar. Hast du mir sonst noch was zu sagen, oder...? Mensch, guck mal. Es gibt kein... Es gibt diesmal eine Prognose. Drei Spieltage vor Schluss. Und sie prophezeien ein 13 zu 1 für Mainz 05. Sie denken also, dass wir alle Spiele gewinnen. Das basiert natürlich auf unserer Z11. Ö11, Entschuldigung. Mach mal den 13. Also mach mal, wie viel wir so verlieren. 13 zu 11. Dann verlieren wir 9 zu 1. Aber ich meine, äh... Immer ein Tor. Und immerhin nicht zweistlich verloren. Und hier verlieren wir 13 zu 2 gegen das. Vor allem, weil das völliger Schwachsinn ist. Wir haben mit dieser Elf dann quasi, die wir jetzt hier berechnet haben, haben wir uns also den ersten Platz mit Millionenpunkten Vorsprung erarbeitet, ja? Ach nee, Moment. Äh, okay. Sie haben es deswegen so bewertet, weil Strobel und Kübler schon wieder weg waren. Also haben wir nur eine Mannschaftsstärke von 400 irgendwas. Aber trotzdem, stell dir mal das vor. Stell dir mal das vor, Orka. Stell dir mal vor. Du gehst so in ein Geschäft, holst dir diesen Kicker, ne? Liest dann so, Prognose. Hm. 13 zu 1 für meins. Hm. Klar. Wie? Nur 13. Äh, 18. Mindestens. Und nur 1800. Gott, jetzt muss ich den Scheiß hier einstellen. Halleluja, ey. Cappellari. Links, ähm, wie heißt er links nochmal? Links. Ähm, der... B-b-b-b... B-b-b... Genau, du? Genau, du. Bunga-Bunga ist natürlich wieder mit von der FAT, ebenso wie Markus Hoffmann. Pannewitz darf auch wieder ebenso wie Sebastian Bumstal. Diese Ambi, wie spielen wir? Ähm. Wo ist denn hier unser Witte, unser digitierter Mann? Ebenso... Das ist ja albern, digitierter Mann. Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind doch gleich, du kleines Spielkorn. Olthoff wieder neben Mertinitz. So, jetzt muss ich natürlich auch nur ein bisschen die Bank einstellen. Ich bin ohne Torwart. Wollt ihr haben? Also, wir brauchen keinen Torwart. Elias Bier natürlich. So, Eberlein kommt auf die Bank. Wer verschwindet denn von der Bank? Göninho? Ah, tragisch. Aber man muss auch mal Opfer bringen. Nels muss auch mal auf die Bank. Nein. Doch. Für Treml. Nee, Rizzi war draußen. Achso, nee, okay, okay. Gut. Jo, dann geht's gleich weiter. Ja, Rizzi auf der Bank, was mit uns fällt. Genau. Ich glaube, warte mal, geh da mal runter. Hä, was? Du hast Billig vergessen. Der ist für Rizzi auf der Bank. Really? Mhm. Gut. Ja gut, dann geht's mit dieser A11. Im nächsten Spiel dann gegen Mainz 05. Danke schön fürs Zusehen und bis morgen. Tschüss. Tschüss.